Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde. Ich habe eine kleine Neuigkeit für euch, die ich euch mit diesem wunderschönen Panorama einmal vorstellen wollte. Und zwar ist es eigentlich eine Idee, die ich schon seit längerem mal so im Kopf hatte, aber nie umgesetzt habe, weil ich mir immer dachte, ja, nee, lohnt sich noch nicht. Jetzt hat sich diese Idee mit etwas Bestehenden fusioniert. Und zwar ganz einfach das Ding. Ich dachte mir, vielleicht wäre es ganz cool für euch, wenn ihr irgendwie so eine Anlaufstelle hättet, wo wir alle mal miteinander reden, also ein bisschen Kommunikation halt führen können. Das klingt so, das klingt irgendwie scheiße, also wo wir einfach quatschen können halt, oder wo ihr euch News abholen könnt. Zum aktuellen Stand zum Beispiel, warum kommt jetzt gerade kein Video oder so ein Zeug, ne. Und zwar denke ich dabei an das Forum, was ich schon seit gut, nein, seit länger als einem Jahr betreibe. Eigentlich primär für meinen Coding-Kanal, aber ich dachte mir, ach komm, wir erweitern das Ganze jetzt mal ein bisschen. Und ja, deswegen möchte ich euch jetzt hier vorstellen, dass ich in meinem Coding-Forum einen neuen weiteren Bereich eingerichtet habe, der eben für die Let's Plays da ist. Wo ihr Fragen zu den Let's Plays oder allgemein stellen könnt. Ich blende das einfach mal ganz kurz hier so ein. So sieht das aus, die Adresse oder die URL, der Link halt zu dem Forum, den findet ihr unten in der Beschreibung. Und ja, so viel gibt es eigentlich gar nicht weiter zu sagen. Ihr könnt euch dort registrieren, anmelden und dementsprechend können wir dann da quatschen und so weiter. Da ist auch ein kleiner Chat oben im Forum drin, wo wir live quatschen können. Und wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen und so ein Zeug habt, dann könnt ihr jetzt einfach da reinknallen. Klar, es geht auch in den Kommentaren, aber das ist dann halt so, da sieht es halt sonst keiner. Und das Forum wäre eine zentrale Anlaufstelle, wo wir uns halt einfach wie virtuell treffen können, wenn man so will. Das wollte ich euch einfach mal vorgestellt und gezeigt haben. Ich würde mich freuen, wenn einige von euch da vielleicht einfach dazu joinen, dass wir ein bisschen quatschen können, ein bisschen Smalltalk. Ich bin da eigentlich den größten Teil des Tages auch anzutreffen. Und von dem her, happy quatschen, sage ich dann nur. Wir sehen uns dann in den Let's Plays oder eben im Forum. Bis dahin, haut rein. See ya.